Hallo, grüß euch bei uns hier im Schäffau, beim heutigen Dorfabend, bei Kaiserwetter. Die Sonne geht unter dem Kaiser und wunderschön ist, die Leute kommen gerade zu unseren Standeln. Bei unseren Standeln gibt es die richtigen Tiroler Schmankerl von Broderkropfen, Süßekropfen. Die Bayerinnen haben einen Aufstrich gemacht, einen Kass gibt es, einen Speck, besucht es, schaut sich das an. Jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr geht es los, die Musik spielt und das nächste, was jetzt kommt, ist dann der Einzug der Musik. Aber am besten muss man sich sowas einfach live vorschauen. Musik Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, als Obmann der Bundesmusikkapelle Schäffau darf ich Sie auch recht herzlich begrüßen. Wir, die Bundesmusikkapelle Schäffau, sind gegründet seit 1913 100 Jahre alt. Im Anschluss haben wir unser großes Konzert und da bieten wir Blasmusik für jedermann. Und zwar die traditionelle Blasmusik, dann natürlich bühmische Blasmusik, moderne Blasmusik und auch die solistische Blasmusik. Musik 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 So, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir wünschen Ihnen allen noch einen schönen Abend und schönen Urlaub und genießen Sie das schöne Wetter. Dankeschön.